Lieben, es ist ja richtig nochmal Aufschwung gewesen, jetzt haben wir vier nach 19 Uhr und zwar ein strahlendes, zauberndes, bezauberndes, magisches Hallo! Hallo! Warum, weshalb das Barcamp oben mal zur Marke geworden ist, warum auch das Barcamp und zwar die ganzen Sachen sind ja so, das Barcamp wurde ja 2005 in Los Angeles von Unternehmerinnen auf dem Kongress der UN gegründet und wurde dann rübergeschwappt nach Europa, nach Deutschland, nach Berlin, Frankfurt und so weiter und so fort Und die liebe Thea hat, Barcamp kam dann aus, Barcamp Odenwald kam zustande, weil die Thea alle Mitglieder gefragt hat, was können wir denn machen, wie können wir denn Odenwald und das BVMW denn miteinander verbinden Und da habe ich gedacht, da habe ich auch zu ihr gesagt, Thea, gib mir ein paar Tage Zeit, dass ich ein Journal mache, dass ich mir ein Ziel setze, eine Vision setze für den BVMW und für den Odenwald, für die Region mit Business Events Und ich habe mir dann auch ein Ziel gesetzt, eine Vision gesetzt und gechernet und geschaut, was kann man hier alles machen und geschaut, wo gibt es denn Veranstaltungsmöglichkeiten, Plattformen offline, wie auch online, das alles darzustellen Weil Veranstaltungen gibt es wie Sand am Meer, aber nur alles in der Kulturbranche, im Business Bereich, im Odenwald, da gibt es keinen, keinen einzigen, der irgendwas macht Und deshalb habe ich dann dieses Barcamp.de, Odenwald, gegründet und auch zur Marke gemacht Und jetzt, auch durch die Stolperrei mit den Mikros, habe ich wieder was dazu gelernt, dass ich alle erstmal stumm schalten muss Aber ich habe da auch wieder eine Entscheidung getroffen, dass ich da andere erstmal stumm schalten muss Und deshalb gebe ich an die Liebe Johanna Darm ab Und da erfahrt ihr, wie man mit der Entscheidungsmatrix für euer Unternehmen oder Unternehmerinnen, Selbstständige, Entscheidungen treffen könnte Oder auch, wenn ihr angestellt seid Ja, die Johanna Darm war ja schon bei meinem Podcast und hat auch darüber, über die Entscheidungsmatrix gesprochen Johanna Darm ist bekannt durch das Startup Valley, Manager Magazin, Handelsblatt und hat mehrere Bücher schon aufgelegt Das aktuelle neue Buch ist doch am Entstehen Die Nacht der Entscheidungen Und hat jetzt auch eine neue Keynote rausgebracht Deshalb lasst sie mit einem Trommelsirgel beginnen Liebe Johanna Darm, bist du bereit für deine ganz große Keynote? Ich bin bereit, lieber Michael, vielen herzlichen Dank Und ich glaube an den Michael nochmal herzlichen Dank für alle Wehwirbel, die er in Bewegung gesetzt hat Mir hat und uns hat er gestern gesagt, ich durfte für den BVMW zaubern Und ich glaube, das hat er hier auch bewiesen Und ich finde das ganz, 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 ganz großartig, was er gemacht hat Ganz vielen herzlichen Dank dafür, mein lieber Ganzspitzenklasse Ja, und du hast mich eingeladen, du hast uns eingeladen Und ich darf hier heute den Auftakt machen, das finde ich fantastisch Und deswegen teile ich jetzt einfach mal meinen Bildschirm Ich habe eine kleine Präsentation mitgebracht Und die teile ich jetzt mit euch Es ist irgendwie schwierig in einer Zeit, in der politische Entscheidungen anstehen In der soziale und gesellschaftliche Entscheidungen anstehen Darüber zu sprechen, was es heißt, leichter Entscheidungen zu treffen Aber lasst uns doch mal ganz kurz in dieses Thema einsteigen Was verrückt ist, wir werden in Sachen Entscheidungen nicht besser, sondern schlechter Egal, wie viel Mühe ich mir auch gebe Und der Michael hat es ja erwähnt, das Buch, die Entscheidungsmatrix Ja, ist derzeit auf dem Markt und wird auch viel gelesen, was ich toll finde Aber wir googeln immer mehr, was soll ich tun, wie soll ich entscheiden Was ist die beste Entscheidung Und das alle halbe Sekunde über eine Milliarde Mal Und liebe Leute, das ist mir ehrlich gesagt zu viel Warum ist das so? Nur ganz kurz, bis zum 17. Jahrhundert Descartes, später Kant Haben wir eigentlich so in den Tag hinein gelebt Und uns nur mit unserer Umwelt dann beschäftigt Und haben gesagt Ja, wie ist das Wetter heute, wie ist es morgen Und danach Entscheidungen getroffen Heute ist es so, Mensch und Umwelt plus immer mehr Genau die künstliche Intelligenz treiben uns an, Entscheidungen zu treffen Und die große Angst ist natürlich Werden wir alle, und ja, werden wir durch die künstliche Intelligenz Und vor allen Dingen die Algorithmen Werden uns Entscheidungen abgenommen Und zusammen mit unserem Zukunftsforscher Sven Gabor Jansky Bin ich darüber mehr und mehr im Bilde Wenn ich auch nicht immer alles verstehe Dass bis 2030 Wir Entscheidungen nicht mehr selbst treffen Obwohl wir denken, dass wir sie treffen Und hier unser Thema Mobile Phone, Computer und so weiter Wird mehr oder weniger bestimmen Wer unser Partner wird Wie wir unsere Kinder nennen Was wir einkaufen, was wir essen Ob wir die OP machen lassen Ob wir unsere Eltern noch weiter am Thrombus lassen Oder ob wir unseren eigenen Tod lieber vorziehen oder nicht Damit bin ich nicht einverstanden Und viele neben mir auch nicht Und deswegen mache ich das, was ich mache Ich möchte, dass wir schneller bessere Entscheidungen treffen Und vor allen Dingen, dass wir Frieden finden mit unseren Entscheidungen Denn, das kennt ihr selber auch, sind wir nicht Wir sind nicht glücklich mit unseren Entscheidungen Wir haben Angst, wir suchen, recherchieren weiter Und kommen nicht so richtig vom Fleck Und was ich möchte, ist, dass wir von so einer Norm Von so einer Ingenieurskultur Was ist richtig, was ist falsch Wegkommen Und wieder mehr experimentieren Uns wieder mehr freuen Am Ausprobieren Ja, auch am Fehler machen Aber dass wir vor allen Dingen lernen Was sind gute Entscheidungen Was sind ethisch richtige Entscheidungen Denn das fehlt momentan komplett Ja, und dann sagt ihr wahrscheinlich Wie geht das? Das möchte ich euch nicht vorenthalten Drei Themen diskutiere ich in diesem Buch hier intensiv Ziele wieder klar und richtig stellen Und dann ein Worst-Case-Szenario inszenieren Zu sagen, okay, was könnte alles schief gehen? Und dafür Plan B, C und D Oder so viele wie nötig sind Eben auch kreieren Aber dann nicht auf dem Sofa sitzen bleiben Und sagen, boah, könnte ja schief gehen Sondern trotzdem handeln und besser handeln Und das möglichst unter Zeitreduktion Sich nicht mehr abhalten lassen Von all dem, was schief gehen könnte Von den Bergen in Informationen Sondern trotzdem handeln Und wie ich euch Beziehungsweise eure Teams um euch rum auch kenne Manchmal hat man den Verhinderer im Kopf Dass man sagt, die Zeit fehlt Das Geld fehlt Es könnte schief gehen Die Leute reden über mich Übrigens ein ganz wichtiger Punkt Was andere über uns denken Ja, und da kann ich noch so viel reden Aber allein fehlt mir da zu oft Macht und Kraft Und deswegen habe ich Und das ist heute Der erste Tag Die erste Stunde Die erste Minute An dem ich drüber reden kann Und viele von euch haben da mitgemacht Die ich gerade eben noch mal Gesondert begrüßen dürfte Haben wir Geschichten gesammelt Von wahren Entscheidern Von Menschen und Macherinnen Und dieses Werk Möchte ich heute kurz vorstellen Es ist der Atlas der Entscheider Das erste Standardwerk Von internationalen Entscheiderinnen Und Entscheidern darf Bin ich so stolz Dass wir das geschafft haben Nämlich die Vielfalt von Entscheidungen Mal zusammenzutragen Ein Panoptikum zu schaffen Und das Ganze auch noch agil Denn die meisten von uns Haben uns noch nie gesehen Der Erlös geht an Wenn man selber mal vor dem Ja vor dem Vor einem großen Krankheitsbild stand Oder wenn man auch Komplett neu anfangen musste Gerade auch in dieser Zeit Ich weiß von einem Autor Der ja vor dem Ruin stand Und ja Wir trotzdem neu angefangen haben Zukunftsweichen stellen Und das ist das große Thema Wir haben nur ein Problem Nämlich das Buch Gibt es noch nicht Aber der Heiko und ich Mein lieber Co-Herausgeber Und ich Wir haben gesagt Acht Eigentlich stehen hier fünf Aber wir geben acht Exemplare Handsigniert frei Und wer sich an dieser URL Mal umschauen möchte Kriegt von uns Zur Überbrückung Bis es im Juni kommt Mein Hörbuch Ein Exzerpt aus meiner Entscheidung des Matrix Und den Zukunftspodcast Mit Sven Gaborjanski For free Right now Und Michael Weil du so ein geiler Typ bist Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen Gibt es acht Exemplare Für die ersten Die sich melden Eben auch Handsigniert Und das Ihr wisst es Ich bin Star Wars Fan Einfach weil ich denke Do or do not There's no try Sagt mein Namensvetter 800 Jahre älter Yoda Und wer sich bei mir melden möchte Kann das gerne tun Und ich gebe die Meldung Dann auch gerne an den Heiko Heiko steht euch nachher noch Zur Verfügung Wenn es Fragen gibt Wenn Diskussionsbedarf ist Ich wünsche heute Einen wunderbaren Abend Voller Entscheidungen Über Glück Über das Thema Sales Wichtig Über Gemeinschaft Wie im BVB Ich bin selbst Mitglied Und sehr sehr dankbar dafür Michael an dich Noch mal herzlichen Dank Dass ich heute hier sprechen durfte Es ist für mich Keine schwere Sondern eine sehr leichte Entscheidung gewesen Dieser Entscheidung Oder dieser Anfrage Zu folgen Und ich bin sehr dankbar Dass heute so viele Gesichter sind Von denen Die auch mit mir Dieses Buch gemacht haben Ich kann nur sagen Schon wieder Schild Oder Schild Genauso in der Elbenbranche Wie ich tätig Im Vertrieb Dort hat er damals Angefangen Im klassischen Autohandel Respektive auch In einem Einzelhandel Und ist mit seinem Podcast Wachstumbooster Über mehrere Downloads Und hat so 100.000 Hörer Und kann über das Thema Sichtbarkeit Und respektive auch Und respektive auch über das Thema Umsetzen Wie man Sichtbar wird Natürlich Sag ich da auch noch Einiges mehr Weil ich liebe Ich liebe ja den Film The Matrix Und was die Pille Die blaue und die rote Pille Auf hat Auch noch was dazu sagen Aber lasst uns doch gerne mal Den lieben Olaf Schild Jetzt begrüßen Mit seiner Fünf-minütigen Keynote Olaf Bist du ready? Vielen Dank lieber Michael Für die Anmoderation Und vielen Dank Für die Organisation Und dieses großartigen Events Zu dieser Premiere Und für mich ist es eine große Ehre Heute sprechen zu dürfen An diesen wirklich einzigartigen Tag Weil das erste Mal Wird es nie wieder geben Und umso schön ist es hier zu sein Schenkt ihr eurem Vertrieb Euren Verkauf Genug Aufmerksamkeit? Wenn nicht Behörde ihr zu 70% Der Unternehmen Die es auch nicht tun Was neueste Studien herausgeben Und das ist eine erschreckende Zahl 70% der Firmen Schenken ihrem Vertrieb Nicht genug Aufmerksamkeit Und Da komme ich doch gleich Zur nächsten Frage Habt ihr einen klaren Vertriebsprozess Implementiert in eurem Unternehmen? Egal ob ihr jetzt Einzelkämpfer seid Oder schon eine Vertriebsmannschaft habt Wenn nicht Ist es nicht schlimm Aber es ist Ein Punkt Wo man nachbessern darf Denn Die wenigsten wissen tatsächlich Was 20% Ihre Top-Verkäufer Ausmacht Und diese 20% Machen immerhin 80% Ihres Umsatzes Das heißt Sie fahren Tatsächlich Im Blindflug Und wundern sich Wenn sie neue Vertriebsmitarbeiter Einstellen Dass die nicht gut Performen Und nicht die gleiche Leistung bringen Und somit wird Wahnsinnig viel Potenzial verschenkt Tag für Tag Und Nicht Nicht umsonst Scheitern In den ersten 5 Jahren Über 90% der Gründer Weil sie genau Diese Prozesse Nicht im Griff haben Den Verkauf Sie schenken ihnen einfach Zu wenig Aufmerksamkeit Und Kundengewinnung Ist tatsächlich So ein Thema Was Größtenteils Per Zufall Passiert Und Vor allen Dingen In der jetzigen Zeit Wo man Mit Social Media Unwahrscheinlich Viel Kunden gewinnen kann Und Auch mein Lieber geschätzter Kollege Michael Ist ein Verfechter Und merkt es Immer wieder an Was momentan läuft Im Bereich Vertrieb Und so gibt es Das neue Beispiel Man sagt dazu Neudeutsch Settler Und dieser Settler Ist eigentlich nichts Neues Das gibt es eigentlich schon früher Gab es den schon immer So ein Vertriebsinnendienstmitarbeiter Der Den potenziellen Neukunden Für Den Außendienstler Klar macht Und sagt Okay Was ist da Aber wie läuft es heute ab Heute kriegst du eine Anfrage Im Vertrieb Und Ich habe erst kürzlich Wieder eine bekommen Wo mich einer gefragt hat Haben Sie Zeit für neue Kunden Oder haben Sie Potenzial für neue Kunden Und ich wusste natürlich Auf was er hinaus wollte Er sagte Natürlich sind Sie auf der Suche Nach einem Mentor Was passierte Er hat meine Antwort Komplett ignoriert Und es kam Ja super Dann sollten wir uns mal unterhalten Damit Sie mehr Kunden bekommen Und das passiert heute Tag Täglich Es wird kein Interesse mehr Dem Gegenüber geschenkt Egal Ob es im Offline Wie im Online Prozess ist Und Das nächste ist dabei Es passiert einfach Keine Zielgruppen Recherche mehr Dabei liegt in der Zielgruppe Doch der Schlüssel Zu mehr Umsatz Kenne ich meine Zielgruppe Richtig Weiß ich Wie ich mehr Umsatz Generieren muss Oder generieren kann Denn Ich weiß genau Was meine Zielgruppe Von mir hat Und möchte Und wenn ich diese Zielgruppen Recherche nicht mache Wie mein geschätzter Kollege Der mich da Angeschrieben hatte Der sich null Mit mir Als seine potenzielle Zielgruppe Beschäftigt hat Hätte er vielleicht gewusst Dass ich Im gleichen Bereich Tätig bin Wie er Kundengewinnung Sichtbarkeit erreichen Und Mehr Kunden erreichen Aber nein Er nimmt sich die Mühe Nicht Und so passiert es Tag täglich Dass ganz viele Die vom Vertrieb Eigentlich gar keine Ahnung Haben großes Potenzial Verschenken Doch Dabei Ist das Geheimnis Profitable Unternehmen Tatsächlich Ein funktionierender Vertrieb Nehmen wir das Beispiel Wirt Wirt verkauft DIN-Bauteile Ich habe DIN-Bauteile Zuletzt verkauft Und beim DIN-Bauteil Hast du kein Unterscheidungsmerkmal Weil ein DIN-Bauteil Ist ersetzbar Mit jedem anderen Aber Wirt Hat es verstanden Seine Vertriebsmannschaft So performen zu lassen Dass er Marktführer geworden ist In einem Segment Wo man eigentlich sagen müsste Könnte ich genauso gut In China kaufen Wesentlich günstiger Vielleicht zur Gleichen oder schlechteren Qualität Aber dadurch Dass es DIN-Bauteile sind Ist auch die Qualität Vorgegeben Also hätte ich eigentlich Keine Nachteile Wenn ich ein chinesisches Produkt kaufe Aber Wirt Setzt den Fokus Auf den Vertrieb Und es ist Branchenprimus In einem Produktmarkt Wo es Definitiv nicht Der Blue Ocean ist Wo er alleine unterwegs ist Denn wir haben heute Alle Konkurrenz Konkurrenz Von der wir uns Abheben dürfen Und da ist eine klare Positionierung Die gute Vertriebliche Ausrichtung Wichtig Und viel schlimmer Ist noch Dass viele Unternehmen Heutzutage Rund 1000 Euro In ihre Vertriebsmitarbeiter Jährlich investieren Ohne Erfolg Denn sie wissen gar nicht Wo müssen sie nachhebeln Was ist der Punkt Was sie mit ihren Vertriebsmitarbeitern Herausarbeiten dürfen Und so ist es selbst Mir gegangen Wo ich Vertriebsleiter war In der Kunststoff Metallverarbeitung Wir hatten einen Vertriebstrainer Haben eine hohe Fünfstellige Summe investiert Hatten den Vier Monate bei uns Im Haus Mit dem Ergebnis Das Problem war immer noch Vorhanden Für das wir ihn Eingestellt hatten Oder engagiert hatten Und er sagte Ja Richtig Dafür gibt es ein anderes Programm bei uns Nicht mal er Hatte eine Zielgruppenrecherche Gemacht Er ist nicht auf den Bedarf Des Kunden eingegangen Und so wird Ganz viel Geld Heutzutage ausgegeben Ohne den wirklichen Bedarf zu kennen Und Dabei kann Vertrieb Doch ein bisschen Einfach gehen Wenn wir es mal Runterbrechen Bei der Kundenansprache Denn Vertrieb Hat auch ein bisschen Was mit Flirten zu tun Wenn wir rausgehen Und wir haben Eine Verabredung Das erste Mal Oder ihr hattet mal Eine Verabredung Wenn ihr eure Frau kennengelernt habt Dann seid ihr doch Auch nicht hergegangen Hey Möchtest du mich Heiraten Am besten gleich jetzt Ich habe schon Aufgebot bei der Kirche bestellt Und dann machen wir Gleich drei Kinder Und Was denkt ihr wohl Was wird passieren Eure potenzielle Partnerin Dreht sich auf der Stelle um Und sucht das Weite Und so Und so Passiert heute Leider Kundengewinnung Wenn wir es aber Angehen wie so ein Flirt Dass wir uns erstmal Kennenlernen Uns mit der Person Beschäftigen Vielleicht einen Kaffee trinken Aus diesem Kaffee Wird vielleicht ein Dinner Und aus diesem Dinner Wird dann mehr Bauen wir langfristige Kundenbeziehungen auf Wo wir unsere Kunden An uns An unser Unternehmen Binden Denn es ist Zehnmal teurer Einen Neukunden zu gewinnen Wie einen Bestandskunden Zu halten Also legt mehr Fokus Auf eure Bestandskundenpflege Auf euren Vertrieb Um euren unternehmerischen Erfolg zu starten Und Ganz wichtig ist Bei der ganzen Sache Kommt in die Umsetzung Denn Den Umsetzern Gehört die Welt Und es ist viel mehr möglich Als ihr euch vorstellen könnt Vielen Dank Und wer noch Einen Kontakt zu mir sucht Oder mir eine Kleine Bewertung geben möchte Genau Gerne draufklicken Und wer zu dem Thema Sichtbarkeit Kundengewinnung Mehr erfahren möchte Am Mittwoch findet Wieder mein nächster Kostenfreier Workshop statt Einfach auf die Homepage gucken Da ist der Termin eingepflegt Ich freue mich Über jeden Wer daran teilnimmt Vielen Dank für die Zeit Und vielen Dank Für die Aufmerksamkeit Vielen Dank lieber Michael Wow Was ein Feuerwerk Was ein Feuerwerk Oder Das wird erst mal Gebürtigt Mit einer Impfspritzung Mit purem Wasser Natürlich Gegönnt Jetzt erst mal Ein bisschen schnaufen Und zwar Jetzt Wie soll ich jetzt Meine Perfekte Perfekte Wohl Sympathische Glücklichmacherin Jetzt alles Angeben Und zwar Anna Glück Die Glücklichmacherin Auch genannt Hab ich Hab ich Damals Bei Germany's Next Top Speaker Stars Kennengelernt Anna War sich unsicher Ob sie wirklich Als Speakerin Durchstarten Durchstarten konnte Und durchstarten Möchte Aber was sie damals Abgeliefert hat Wow Das ist ein Feuerwerk Leute Das war ein Feuerwerk Echt Hammer Mega Geil Und was sie jetzt noch Abliefert Grandios Grandios Ich bin leider Ein bisschen früher Ausgeschitten Aber ey Anna hat das Ding Gerockt Anna ist Die Glücklichmacherin Für glückliches Mindset Für positive Vibes And The secret Love Of the selling Würde ich sagen Nicht nur Die Glücklichmacherin Nein Der Name Glück Ist auch Auf ihrem Personalausweis Gesetzt Und wenn man Durch die Stadt Geht Durch Karlsruhe Und fragt Was bedeutet Für dich Glück Dann kommt Ach das ist doch Die Frau Anna Glück Die bringt uns Glücklich bei Auch der Bürgermeister Von Karlsruhe Wurde aufmerksam Und Er hatte Jetzt Und hat Jetzt Noch mehr Glück In seinem Amt Und Lasst uns Doch Alle Gemeinsam Ein bisschen Glück Mindset In die Welt Raustragen Liebe Anna Ich bin gespannt Auf deine Allererste Keynote In Powerpoint Allerdings Lieber Mich Ganz lieben Dank Für diese Tolle Tolle Anmoderation So schön Auch Ich schließe Mich Natürlich meinen Vorrednern An Wow Wahnsinn Danke 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 Dass auch Ich Hier sein Darf Und Du hast Es Schon Angedeutet Ich Ich Nämlich Heute Eine Etwas Größere Herausforderung Ich Teile Meinen Bildschirm Boah Jetzt Sollte Alle Denken Das Sollte Alles Schon Normal Sein Ich Hab Tatsächlich Bei All Den Reden Ich Jetzt Schon Gehalten Habe Die Letzten Monate Noch Nie Bildschirm Geteilt So Ich Hoffe Ihr Könnt Alles Sehen Denn Heute Geht Es In meiner Kurzen Rede Darum Was Unternehmertum Eigentlich Noch Mit Glück Und Mindset Zu Tun Hat Und Deshalb Heißt Meine Rede Auch Auch Ein Hochhaus Fängt Beim Keller An Und Wir Sehen Hier Auf dem Bild Ein Hochhaus Noch Im Rohbau Wir Sehen Aber Auch Dass Es Mit dem Fundament Beginnt Und So Langsam Nach Oben Gebaut Wird Und Jedes Unternehmertum Fängt Ja Auch So An Und Da Möchte Ich Euch Heute Meine Drei Learnings Mit Geben Die Ich Als Unternehmerin Mit Auf Den Weg Genommen Haben Und Die Mich Auch Manchmal So Ein Bisschen Ja Ganz Viel Ganz Viel Tränen Auch Gekostet Haben Bis Ich Dahinter Gestiegen Bin Und Das Hat Auch Tatsächlich Schon Was Mit Meinen Beiden Vorrednern Zu Tun Es Ist Also Sehr Spannend Learning Nummer Eins Ist Ha Dein Mindset Entscheidet Über Dein Glück Ja Das Liebe Mindset Ist Ja Unter anderem Das Bild Das Ich Von Mir Selbst Habe Als Auch Natürlich Das Bild Das Ich Von Meiner Umwelt Habe Und Vielleicht Kennt Ihr So Menschen Die Haben So Ein Kleines Mindset Die Sagen Sich Ich Weiß Nicht Ob Ich So Gut Verkaufen Kann Ich Weiß Auch Gar Nicht Ob Ich Jetzt Mit Diesem Produkt Schon Raus Gehen Kann Ich Glaube Ich Brauche Erst Mal Eine Webseite Oder Vielleicht Kennst du Auch Diese Personen Mit Nen Riesen Mindset Die Sagen Habe Ich Schon Gehört Veranstaltungen Zu Klein Da Mare Ich Überhaupt Nicht Mehr Mit Solche Menschen Verschließen Sich Auch Gerne Mal Auch Vor Möglichkeiten Die Sie Vielleicht Auch Zu Ihrem Glück Bringen Können Das Heißt Die Arbeit Am Mindset Ist Für Mich Ein Riesen Learning Gewesen Und Das Zweite Was Ich Euch Mitgeben Möchte Ist Mut Wird Belohnt Und Zwar Immer Und Da Ich Speziell Für Dich Lieber Michael Einen Ganz Berühmten Unternehmer Noch Mal Mit Ins Spiel Holen Und Zwar Den Lieben Jochen Schweitzer Der Hat Nämlich Was Gemeinsam Mit Mir Sogar Unglaublich Nicht Nur Dass Er Von Dem Punkt Wo Ich Heute Abend Hier Stehe 5 Kilometer Weiter Geboren worden Ist Nein Er Ist Auch Ein Sehr Mutiger Unternehmer Er Weiß Genauso Wie Ich Dass Mut Ein Pfeiler Des Glücks Ist Und Er Ist Extrem Sportler Und Hätte Der Jochen Schweitzer Damals Gesagt Da Mache Ich Nicht Weil Fünf Leute Dagegen Sind Wir Machen Also Weiter Das War Mein Zweites Learning Mach Einfach Weiter Egal Was Andere Sagen Bleib Dabei Und Ja Entwickle Dich Erlaube Dir Dich Neu Zu Entwickeln Auch Als Unternehmer Oder Unternehmerin Und Mein Dritter Punkt Ist Tue Nicht Mehr Sondern Tue Das Richtige Ja Das War Ein Riesen Riesen Learning Wir Haben Ja Gerade Das Bild Von Diesem Hochhaus Im Rohbau Gesehen Und Viele Fangen An Da Ist Da Steht Noch Nichts Drinnen Da Sind Die Wände Noch Nicht Gestrichen Da Fangen Die Anstellende Couch rein Da Der Andere Hängt Da Vielleicht Schon Das Bild Auf Nehme Ich Mich Ehrlicher Weise Nicht Aus Dabei Ist Doch Mega Wichtig Weil Was Macht Uns Denn Zum Beispiel Als Unternehmer Als Unternehmerin Denn Glücklich Ja Wenn Wir Zufriedene Kunden Haben Oder Dann Dürfen Wir Dau Auch Erstmal Kunden Zu Uns Bringen Wir Dürfen Also Unser Angebot Unsere Dienstleistung Ja Auch Erst Einmal Zeigen Und Das Ist So Wichtig Dass Wir Bei Der Basis Anfangen Denn Ohne Dass Wir Verkaufen Sind Wir Mit Unserem Ja Fast Eher Hobby Als Business Ja Schnell Wieder Relativ Weit Und Es Richtig Spaß Macht Es Doch Wenn Wir Tolle Kunden Haben Oder Und Wenn Wir Uns Unsere Erfüllung Natürlich Auch Leben Können Und Deswegen Es Für mich Ja Das Fazit Ist Der Keller Stabil Kann Natürlich Auch Das Hochhaus Gut Gut Und Stabil Stehen Und Es Wackelt Auch Nicht Selbst Nicht Wenn Wir Ein Geschenk Es Geht Nämlich Nicht Nur Glück Und Mindset Sondern Es Geht Natürlich Auch Ganz Viel Um Das Thema Verkaufen Und Ich Hab Ein Geschenk Für Dich Dabei Mein Geschenk An Dich Sind 45 Minuten Von einem Business Mentoring Mit Mir Dass Wir Direkt Schauen Wo Stehst Du Eigentlich Gerade In Deinem Hochhaus Ist Es Auch Noch Eher Am Fundament Oder Ist Es Schon Im Stockwerk 7 Oder 12 Oder 13 Dabei Ist Noch Nicht Mal Die Tür Drin Lass Uns Also Super Gerne Ratschauen Das Ganze Ist Natürlich Kostenfrei Für Dich 25 45 Minuten Business Mentoring Mit Mir Wenn Du Das Möchtest Ich Freue Mich Darauf Dein Hochhaus Unter Die Lupe Zu Nehmen Und Freue Mich Ganz Besonders Heute Abend Auch Hier Dabei Zu Sein Lieben Dank So Hat Auch Funktioniert Meine Erste Präsi Sachen Macht Man Und Ich Muss Immer Lernen Bevor Ich Errte Das Mikrofon Immer Anzumachen Weil Ich Ab Und Ausschalte Aber Ich Kann Wow War Das Wieder Ein Feuerwerk War Echt Voll Schön Voll Die Waldfee Deine Erste Präsi Mit Torbohin Fand Ich Cool Ja Was Kann Man Denn Noch So Alles Lernen Und Wie Geht Es Jetzt Weiter Und Wenn Du Auch Bereit Bist In So Einen Verband Rein zu Kommen Und Dich Da Austauschen Möchtest Zu Deinen Projekten Zu Deinen Leuten Zu Deinen Anderen Menschen Und Netzwerker Bist Dann Habe ich Auch Jetzt Die Perfekte Ansprechpartnerin Zu Dem Verband Des Mitteldeutschen Wirtschaft Muss Muss Gerade Mal Gucken Genau Jetzt Habe ich Auch Die Thea Ist Jetzt Da Thea Bist Du Ready Thea Sorry Jetzt Geht's Noch Jetzt Ist Alles Okay So Also Thea Ist Die Beauftragte Des Verband Mittel Deutscher Wirtschaft Im Odenwald Thea Engagiert Für Für Region Odenwald Und Für Den Verband Thea Hat Mich Damals Schon Gefragt Wie Sie Mich Geworben Hat Michael Wie Willst Du Mit dem BVMW Dein Business Vortreiben Und Wie Kannst Du Andere Mitglieder Animieren Oder Neue Mitglieder Animieren Rein Zu Kommen Weil Der BVMW Ist Viel Viel Größer Wie Alle Netzwerke Hier Im Odenwald Was Es Sonst Noch Gibt Es Gibt Hier Jungunternehmer Jungunternehmerinnen Aber Auch Stämmige Mittelständische Unternehmen Die Auch Bereits Da Sind Wo Sie Sind Und Jungunternehmer Vom Mittelstand Respektive Auch Die Gestandenen Unternehmer Können Miteinander Sich Vernetzen Und Deshalb Gibt Es Nun Diese Veranstaltung Barcamp Odenwald Digital Respektive Auch In Präsenz Demnächst Und Thea Wird Euch Jetzt Gerne Ein bisschen Was Vortragen Was Der BVMW Alles Vermacht Und Wo Seine Ziele Im Odenwald Sind Thea Viel Spaß Bei deinem Vortrag Ja Vielen Dank Wilhelm Michael Vielen Dank Dass du das Heute Abend So toll Organisiert Hast Erstmal Herzlich Willkommen Alle Die Überall 25 26 Gäste Die wir Hier haben Finde ich Klasse Ich habe Auch Gerade mal So kurz Geschaut Es sind Ja 14 Oder 15 Damen Dabei Finde ich Super toll Also Wir sind Da Hier Wirklich In der Mehrzahl Zumal Dieses Thema Auch Gerade Im Odenwald Ein Großes Thema Ist Wir haben Ja Starke Frauen Starker Mittelstand Als Eins Der Vielen Themen Die Der BVMW Inne Hat Und Das Ist Gerade Wirklich In Letzten 3 4 Wochen Hier So Irgendwie Durch den Boden Geschossen Und Wir Haben Uns Schon Zwei Mal Im Zoom Betroffen Und Also Demnächst Treffen Wir Auch Wirklich Mal Bei einem Spaziergang Draußen Und Zwar Am 8 März Welt Frauentag Logisch Also Gehen Wir Mal Wandern Und Zwar Ohne Unsere Herren Der Schöpfung Ohne Unsere Unternehmer Nur Wirklich Als Frauen Club Ich Bin Gespannt Das Wird Bestimmt Toll Jetzt Muss Ich Was Mal Kurz Noch Mal Ausholen Ich bin Ich Kenne BVMW Seit Ungefähr 14 Jahren Ich war lange Mitglied Und war Im internationalen Messebau Unterwegs Mit meiner Firma Mit meinem Mann Zusammen Wir Haben Dann Irgendwann Gesagt Vor Corona So Jetzt Das reicht Jetzt 30 Jahre Messebau Ist Okay Jetzt Fangen Wir Was Neues An Wir Sind Nämlich Innen Architekten Machen Akustik Für Hi-Fi Räume Heimkinos Optimieren Akustik In Büros In Besprechungsräumen In Privaträumen Alles Mögliche Und Seit 2019 Bin Ich Deshalb Hier Im Odenwald Unterwegs Als Repräsentantin War Hier Gab Es Auch Niemanden Jahrelang Der Den BVW Hier Regional Im Odenwald Kreis Vertritt Und So Kam Ich Dazu Das Netzwerk Aufzubauen Und Ich Sag Euch Es Macht Total Spaß Es Spannend Was Es Alles Für Unternehmen Gibt Die Talk Ups Solos Selbstständigen Bis Hin Zu Pirelli Oder Größeren Großen Unternehmen Die Wir Hier Haben Vor Ort Wir Haben 70 Kunststoff Verarbeitende Industriebetriebe Im Odenwald Und Einige Wirklich Hidden Champions Kann man Ruhig Sagen Und Da Sind Wir Natürlich Dabei Und Der Michael Ist Klasse Der Ist Ja Wirklich Toll Im Team Und Schaut Auch Mal Dass Wir Neue Gäste Hinzuholen Neue Leute Kennen Lernen Die Leute Uns Kennen Lernen Und Dass Wir Das Netzwerk Hier Auffahren Und Stärken Wir Sind Ja Jetzt Nicht Nur Regional Unterwegs Und Das Gibt Bundesweit Und Johanna Kennst Ja Aus Frankfurt Über 300 Selbstständige Repräsentanten Jeder Hat So Seinen Landkreis Oder Natürlich Auch Mehrere Mitarbeiter Und Jeder Kann Selbstständig Sein Ding Machen Und Seine Veranstaltungen Selbst Planen Und Das Finde Ich Toll Ich Bin Ja Aus Der Messe Event Branche Komm So Mein Baby Und Das Will Ich Auch Gern Und Weitermachen Und Was Jetzt Schon Die Drei Vorredner Oder Rednerin Angesprochen Haben Dieses Thema Johanna Richtig Handeln Und Wirklich Das Durchziehen Was Man Möchte Und Dran Bleiben Oder Der Olaf Der Vertrieb Das Thema Vertrieb Kundenbindung Was Ist Ein Kunde Und Wie Bedient Man Oder Wie Geht Man Mit ihm Um Oder Das Thema Glück Die Anna Das Total Klasse Und Dann Auch Der Name Zu Herrlich Muss Mal Nach Karlsruhe Kommen Sehr Spannend Ja Und Wir Haben Natürlich Im Obenwald Ganz Viele Themen Auch Nicht Nur Frauen Starke Frauen Ein Thema Der Vielen Inhalten Zum Beispiel Geht Es Um Nächste Woche Um Das Thema Sale And Back Leasing Von Immobilien Für Die Eltern Generation Interessant Die Jetzt Aus Unternehmen Ausscheiden Die Firma Nicht Verkaufen Die Keine Nachfolger Haben Sondern Das Ganze Verliesen Oder Auch Eigentums Wohnungen Oder Privathäuser Könnt Ihr Leasen Wenn Ihr Jetzt Irgendwann Sagt So Das Geld Will Jetzt Für Irgendwas Anderes Ausgeben Und Dann Lasse Ich Mich Mal In Das Thema Immobilien Leasen Oder Was Sagen Wir Natürlich Immer Was Was machen Die Ganz Schwieriges Thema Moment Und Da Sind Da Gibt Es Immer Gewinner Und Verlierer Ist Total Vielschichtig Wir Haben Zum Beispiel Das Parkhotel 1970 Ich weiß Nicht Ob Das Jemand Kennt Original 70er Jahre Das Einzige Hotel In Europa Was Wirklich Noch Komplett In Der Einrichtung Aus den 70ern Stamm Und Selbst Natürlich Die Die Mitglied Ist Bei Uns Die Hat Natürlich Auch Schwere Zeiten Jetzt Hat Aber Durch Film Clips Oder Durch Rapper Oder Modelabels Die Dann Bei Ihrem Haus Waren Und Film Aufnahmen gemacht Haben Etc Hat Die Wirklich Die Zeit Gut Überstanden Und Jetzt Sogar Vor Sechs Wochen Noch Ein Lokal Gemietet Im gleichen Ort Hier In Vielbrunn Und Zieht Zieht Jetzt Mal Richtig Durch Und Hauert Also Gibt es Auch Das Total verrückt Klasse Jetzt haben wir Neues Wirklich Die Perstin Schulz Aus Darmstadt Architektur Profession Die Aber Auch In Odenwald Sehr Verwandelt Ist Und In Odenwald Liebt Und Das Thema Leerstand Oder Projekte Aus Leerständen Aus Vorhandenen Älteren Gebäuden Um Zunutzen Da machen wir Jetzt Auch Eine Tolle Veranstaltung Also Was Da Für Ideen Entstehen Auch Mit den Studenten Natürlich Die Da Projekt Arbeiten gemacht Haben Da Gibt Es Ganz Spannende Sachen Oder Betriebliche Altersvorsorge Oder Wir gehen Mal Golfen Klar Man Muss Ja Mal Einfach Draußen Treffen Oder Roundtable Bau Dann Gibt Es Entsprechende Experten Roundtable Für Digitalisierung Für Unternehmens Nachfolge Spezielle Themen Die Auch Natürlich Gern Aus Der Mitgliederschaft So wie Michael Er Sagt Hier Guck Wir Wollen Mal Dies Und Jenes Thema Das ist Spannend Natürlich Auch Gerade Das Thema Wagen Lass Lass Uns Das Mal Machen Und Da Binnen Natürlich Immer Dabei Wenn Man Neue Ideen Aufgreifen Kann Und den Mitgliedern Und Natürlich Auch den Gästen Entsprechend Neue Themen Präsentieren Kann Ja Deshalb Kann Ich Euch Nur Einladen Kommt Einfach Mal Zu uns In den Odenwald Ob Es Online Oder Offline Ist Wir Machen Beides Wir Fangen Aber Auch Wieder An Mit Präsenz Treffen Und Freuen Uns Schon Sehr Darauf Viel Es wird Draußen sein Aber Es wird Funktionieren Und Es wird Hoffentlich Bald Auch Wieder Richtig Krachen Wir Weren Wieder Ein Sommerfest Waren Wahrscheinlich Wieder Parkhotel 1970 Könnt Ja Alle Wohnen Da Gibt Es Hotelzimmer Wunderbar Ich bin Begeistert Was Das Für Eine Tolle Mischung Wieder Ist Heute Ich Gerne Über Das Baumprojekt An Das Baumprojekt Machen Mal Kurz Das ist Ein neues Projekt Das Began Im Kiemgau Bei meiner Kollegin Cornelia Und zwar Geht Es Darum Ein Zukunftswald Zu Kreieren Also Sprich Das Waldsterben Kennen Wir Alle Und Ist Auch Durch Diese Borken Käfer Und Durch Stürme Etc Durch Trockenheit Ganz Großes Thema Im Odenwald Genauso Wie Im Kiemgau Oder Wie Im Harz Oder Wo Auch Immer Und Wir Werden Eine Bundesweite Aktion Starten Und Die Zukunftswald Zu Pflanzen Es Gibt Für Jedes Neue Mitglied Gibt Es Keine Flasche Sektbeere Es Nicht Bei Jedem Mitglied Einzel Machen Sondern Wir Sammeln Das Geht Auch Im Frühjahr Oder Herbst Und Natürlich Auch Die Unternehmer Hier Animieren 100 Bäume Oder 50 Oder 10 Egal Aber Das Ist Ein Tolles Thema Und Da Werden Wir Jetzt Wir Gerangehen Und Das Demnächst Hier Mit unserem Landrat Zusammen Mit unserem Bürgermeister Hier Vor Ort Und Mit verschiedenen Förstereien Das Ganze Dann Realisieren Ja Wird Ich Auch Gespannt Finde Ich Klasse Okay Ich Danke Euch Für Eure Zeigen Eure Geduld Und Bin Gespannt Was Heute sich Noch So Gibt Wir Sehen Uns Fein Hoffentlich Danke Das War Doch Ein Feuerwerk Oder Das War Doch Ein Feuerwerk Echt Das War Doch Wunderbar Ja Das Baumprojekt Das Ist Extrem Richtig Gerade Neu Was Der Kreis Da So Macht Weil 150 Jahre Breuberg Ist Schon Nicht Ohne Also 150 Jahre Die Stadt Gemeinde Breuberg Ist Doch Mega Michael Das 50 Gebietsreform Gab 72 Sorry Aber Durch Diese 50 Jahre Breuberg Ist Das Baumprojekt Erst Eigentlich Zustande gekommen Hier Bei uns In in der Region Kein Problem Kein Problem Wie gesagt 150 Jahre Oder Wenn Es Auch Weniger Ist Lieber Mehr Wie Weniger Und Das Park Hotel 1970 Ist Eine Mega Chance Für Video Film Und Auch Andere Produktionen Ich Werte Auch Wahrscheinlich Ein paar Filme Abdrehen Weil Die Haben So Eine Geile Chin Bar Ich Als Chin Liebhaber Werte Auch Irgendwann Mal Dort Seien Und Dort Auch Mal Ein paar Videos Abdrehen Seid Da Gespannt Was Da Auf Mein YouTube Kanal Kommt Weil Ich Hab Da Ein paar Storyboards Schon Geschrieben Aber Ich Will Jetzt Nicht So Lange Erzählen Über Mich Und Meine Projekte Das Kommt Danach Nach Dem Letzten Redner Und Hey Alle Redner Rednerinnen Haben Richtig Krasse Fünf Minuten On The Point Abgehalten Und Der Letzte Muss ich Gestehen Diesen Kontakt Hab ich Eigentlich Von Meiner Glücklich Macherin Bekommen Anna Hat mir Geschrieben Hey Du Sucht Ja Noch Ein Redner Für Dein Barcamp Ja 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 Such Ich Noch Kein Noch Kein Fünften Der Anna Sagt Hier Ich Hab Da Noch Einen Ich Hab Da Einen Der Macht Da Gerade Momentan Auch Beim Hermann Scherer Das Gold Programm Mit Der Macht Sehr Viel Mit Der Natur Ist Nämlich Auch Landwirt Und Das Würde Dir Gefallen Liebe Christina Der Kümmert Sich Um Die Bienen Und Um Die Natur Um Die Bäume Um Die Gräser Um Die Nachhaltigkeit Er Wird Man Beschreiben Oder Hat Hermann Scherer Beschrieben Er Ist Der Nachhaltigkeit Experte Deutschlands Für Das Thema Nachhaltigkeit Für Das Thema Umwelt Lasst Uns Mit Einen Tonnernden Applaus Helmut Moos Begrüßen Danke Lieber Michael Weirauch Für Die Perfekte Organisation Dieser Großartigen Veranstaltung Ich Kann Mich Dann Meinen Vorredner Nur Anschließen Und Vor allen Dingen Danke Für Deine Einladung An Mich Sonst Wüsste Ich Immer Noch Nicht Dass Es Die Stadt Breuberg Gibt Heute Siehst Du Mich Als Fan Von Breuberg Zum 50 Jährigen Jubiläum Liegt Die Stadt Breuberg In ihrem Baumreich Also Die Haben Bereits Ein Baum Reich Einen Bürgerwald An Und Das Faszinierende Für Mich Ist Dass Der Bundesverband der mittelständischen Wirtschaft Hier im Odenwald Kreis Vertreten Durch Die Thea Reimann Die Hat Es Eben Schon Angesprochen Noch Eins Drauf Setzt Und Dieses Projekt Zukunftswald Damit Einbindet Da Wird Jedes Neue Mitglied Gleich Mit einer Patenschaft Beschenkt Mit einer Baumpatenschaft Kein Staubfänger Kein Schwülziges Tamtam Sondern Etwas Nützliches Und Ganz Ehrlich Bei Allem Respekt Für Den Schutz Des Tropischen Regenwaldes Das Brauchen Wir Sicherlich Aber Wirksamer Umweltschutz Beginnt Mit Umweltschutz Wir Können Nur Da Schützen Wo Wir Verantwortung Übernehmen Können Und Bäume Sind Was Großartiges Seht Ihr Dieses Pracht Exemplar Da Ja Wem Gefällt Das Von Euch Gebt Mir Ein Zeichen Wir Sind Doch Alle Irgendwo Angezogen Von Etwas Magischem Ja Danke Ich sehe Große Zustimmung Und Und Das Alles Fängt So An Ja Es Ist So Klein Ich Halt Es Mal Ganz Nah Vor Die Kamera Könnt Ihr Das Sehen Das Ist Ein Keimling Eine Rotbuche So Sieht Klein Aus Und Es Ist Noch Nicht Klar Ob Diesem Keimling Mal Ein Großer Baum Wird Da Ist Zum Beispiel Das Strauchwerk Breites Wachstum Auf Niedrigem Niveau Teils Limitieren Sich Die Sträucher Selbst Im Wachstum Teils Werden Sie Durch Den Schatten Der Großen Bäume Limitiert Und Jeder Kleine Strauch Scheint Unserem Trieb Zu Erklären Wo Er Hin Wachsen Darf Und Wo Nicht Und Dann Kommen Dann Noch Die Dornen Die Haken Sich Fest Die Wollen Unseren Kleinen Freund Unten Halten Und Von ihm Profitieren Kennen Wir Das Nicht Irgendwo Her Haben Wir Das Nicht Auch Schon Alle Erfahren Die Bäume Hier Unser Kamerad Da Ist Schon Kleiner Größer Und Die Andere Seite Auch Das Sind Die Erfolgreichen Hunderttausende Von Samen Wirft So Ein Baum Von Den Kommt Einer Durch Und Wir Können Von Den Erfolgreichen Lernen Ich Zeige Euch Jetzt Mal Ein Bild Das Habe Ich Bei Uns Im Wald Gemacht Und Der Ein Oder Andere Denkt Vielleicht Jetzt Hat Aber Die Kamera Schief Gehalten Nein Ihr Seht An Den Fichten Im Hintergrund Die Sind Gerade Und Der Baum Ist Einfach So Gewachsen Vielleicht Mag Das Nicht Ästhetisch Sein Er Ist Aber Zum Licht Gewachsen Und Ist Es Nicht Genau Das Was Wir Auch Machen Muss Zur Kraft Quelle Spitz Durch Das Blätter Dach Und Uns Erst Dann Breit Machen Erst Dann Den Stamm Dicker Machen Immer In Kombination Mit Dem Wachstum Der Wurzeln Also Bei uns Draußen Bläst Es Jetzt Wie Verrückt Es Müsste Ja Jeder Baum Mit So Einer Riesen Krone Umfallen Die Eine Regel Gilt Auch Für Uns Alles Was Drüber Ist Muss Auch Drunter Sein Sonst Gibt Es Kein Halten Hochstapler Und Angeber Probieren Es Immer Wieder Anders Und Scheitern Mein Tipp An Euch Investiert In Eure Wurzeln Lest Hört Zu Diskutiert Über Dinge Die Eure Wurzeln Wachsen Lassen Zurück Nach Bräuberg Hier Wird Auf Der Website Der Stadt Die Rotbuche Als Baum Des Jahres 2022 Ingewiesen Also Eigentlich Müssten Die Bräuberger Jetzt Eine Rotbuche Nach Der Anderen Pflanzen Nein Gepflanzt Werden Sollen Esskastanie Eibe Mehl Und Elsbeere Stechpalme Und Kirsche Warum Nicht Die Rotbuche Die Erklärung Steht Drunter Die Baumarten Werden Ich lese Jetzt mal Ab Die Baumarten Werden Den Pflanzbedingungen Und den Flächen Passend Zugeordnet Nicht Jeder Kann Überall Die Gleiche Leistung Erbringen Wir Kennen Das Bei Uns Hoffentlich Besetzen Die Stadt Bräuberg Und Ihr Alle Liebe Zuhörerinnen Zuhörer Eure Arbeitsplätze Die Ihr Zu Besetzen Habt In Der Gleichen Sensibilität Wie Hier Die Bäume Gepflanzt Werden Sollen Wir Können Von den Bäumen Viel Lernen Danke Was Ein Feuerwerk Oder Erstmal Helmut Vielen lieben Dank Für Deine Spontanität Des Umschreibens Deiner Kurten Speech Das War Ja Wirklich Ein Feuerwerk Ich Hätte Eigentlich Mit Deinem Anderen Gerechnet Aber Dass Du Jetzt Komplett Neues Speech Aufsetzt Über Das Braumprojekt Und Dann Noch Mal So Was Ey Hammer Chapeau 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 Ich Ziehe Meinen Hut Das Feuerwerk Und Ich Lese Hab Aufmerksam Den Chat Gelesen Christina Ist ja Total Auch Im Nachhaltigkeitsprojekt Mit Dabei Wie Auch Ich Habe Das Goldie Programm Ja Auch Online gemacht Ich Habe Es Ja Online gemacht Christine Hat Es Ja Offline gemacht So wie Du Und Mega Und Deshalb Habe ich Nur Da ich Jetzt Gründer Und Founder Bin Ein paar Anregungen Was Meine ganzen Kollegen Zuvor Gesprochen Haben Würde ich Gerne Noch Mal Griff Raymond Griff Raymond In dem Sinne Jeder Unternehmer Unternehmerin Egal Ob Klein Ob Groß Ob Mittel Ob Dick Oder Dünn Ihr Piloten Pilotinnen Braucht Einen Co-Piloten Respektive Einen Co-Pilotin Für Eure Herausforderungen Warum Sag Ich Co-Pilot Co-Pilotin Ey Ich Fliege Liebens Gern In Urlaub Mit Lufthansa Emirates Kontor Und Hab Mir Gedacht Was Ist Der Beispiel Für Diese Piloten Die Da Oben Am Lufthimmel Uns Passagiere In Urlaub Fliegen Die Haben Ja Tagtäglich Einen Co-Piloten An Ihrer Seite Und Warum Haben Haben Wir Unternehmer Unternehmerinnen Keinen An Der Seite Wo Uns Den Weg Weist Wo Uns Den Flug Nach Oben Zeigt Die Landung Landung Ist Ist Immer Das Schwerste Und Der Start Ich Habe Mich Mit dem Co-Piloten Respektive Auch Mit dem Piloten Ausgetauscht Der Sack Der Flug Alleine Ist 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 Gleich Aber Die Landung Und Der Start Sind Am Schwersten Wenn Ihr Nach Oben Wollt Braucht Ihr Den Co-Piloten Und Wenn Ihr Nach Unten Wollt Natürlich Auch Aber Ihr Wollt Ja Nie Nach Unten Ihr Wollt Ja Immer Nach Oben Mit Eurem Business Und Das Hochhaus In Die Höhe Bauen So Wie Der Bursch Khalifa Der Ist Jetzt Schon Gewachsen Der Kann Nicht Mehr Wachsen Aber Dubai Wird Auch Wieder Einen Höheren Turm Bauen Vielleicht Und Was Lernen Wir Daraus Wenn Wir Wachsen Wollen Brauchen Wir Alle Unternehmer Unternehmerinnen Selbstständige Einen Der Uns An Die Hand Nimmt Das Ist Egal Ob Jetzt Den Mentor Coach Trainer Berater Es Reicht Schon Mal Ein Netzwerk Zu Haben Vom BVMW Bis Hin Zur GSA Und Ich Bin On Fire Für Diesen Beiden Verbeidenden Was Die GSA Mir Jetzt Schon Alleine Gebracht Hat Ist Schon Feuer Wert Und Der BVMW Sowieso Und Deshalb Lasst Uns Gerne Noch Mal In Die Breakout Session Gehen Wenn Ihr Möchtet Dann Teile Ich Euch Gerne Noch Mal Hinzu Ansonsten Können Wir Auch Hier Gerne Noch Mal Den Austausch Starten Und Jetzt Noch Mal Zu Johanna Und Heiko Johanna Und Heiko Seid Ihr Da Ja Na Klar Ich Habe Noch Gehört Im Hintergrund Sind Paar Ausgestiegen Das heißt Nein 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 Wir Sind Da Die Idee War Einfach Wenn Es Jetzt Noch Fragen Gibt Zu Unserem Buch Oder Zur Entstehung Und Der Heiko Ja Als Co Herausgeber Als Mitherausgeber Noch Nicht Ganz So Vielen Erscheinung Getreten Ist Dann Wollte Ich Jetzt Geben Dass Man Ihnen Auch Mal Absprechen Kann Darauf Und Ich Würde Mich Sehr Freuen Wenn Er Auch Noch Ein Paar Sätze Zu Dem Projekt Sagen Kann Es Sei Denn Es Ist Nicht Es Ist Nicht Gut Über Mich Also Heiko Das Okay Jetzt Muss Special Also Vielen Dank Für Schöne 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 Bühne Und Für Diesen Rahmen Ich Sehe Schon Im Chat wird Alles Vernetzt Und Es Ist Einfach Großartig Denn Was sich hier in letzter Zeit entwickelt hat, ich nehme jetzt mal nur dieses kleine Teilprojekt von der lieben Johanna, den über 30 Autorinnen und Autoren und von mir, das hat von vornherein einfach so eine richtig, richtig gute Energie gehabt. Das hat sich von vornherein total stimmig gut und richtig angefühlt und das merken Johanna und ich und die anderen glaube ich auch immer wieder aufs Neue, es fließt in einer unglaublichen Geschwindigkeit, weil es einfach genau das richtige Thema ist. Jeder ist fleißig mit dabei und jeder liefert auch seine Dinge zur richtigen Zeit und bringt tolle Impulse mit da rein und wenn immer es um Entscheidungen geht, die wir irgendwie treffen, spüre ich halt, dass Johanna und ich da auf einer Wellenlänge sind, viele, viele der Autorinnen ebenfalls ganz großartig und das, was heute jetzt mal eben so von Johanna präsentiert wurde, das ist noch gar nicht so lange da und ich finde, es sieht unglaublich gut aus und ich freue mich jetzt schon auf den Zeitpunkt, wo das Ganze in die Veröffentlichung geht. Deswegen vielen, vielen Dank an alle, die irgendwie damit mitwirken und vielen, vielen Dank für diesen Ursprungsimpuls von der lieben Johanna. Das ist einfach wunderschön und wie ich das gerade gesagt habe, die Energie ist einfach genau die richtige, der Flow ist großartig und ich freue mich auf alles, was in irgendeiner Weise dazu kommt, weil es ist ein, wie sagst du es so schön, und ich benutze das einmal, dieses Wort, liebe Johanna, ein grenzgeniales Projekt. Das ist es auf jeden Fall, lieber Heiko, das geht es aber nur deswegen, weil du so viel dazu tust und weil du so schnell entschieden warst und ich möchte mich mit einem Wort gerne an die Thea wenden und an den David Weidenbacher, der das Buch sofort bestellt hat, was ich so wunderbar finde, großartig, auch ganz schnell entschieden. Der Punkt ist, wo Entscheider sind, da kommen auch weitere Entscheider hinterher. Ihr kennt den Spruch, wo gute Leute sind, da kommen gute Leute nach. Und liebe Thea, wenn es in irgendeiner Weise Sinn machen würde, dann präsentieren wir gerne auch nochmal von der Entstehung bis zum Endprodukt ein komplett agiles Projekt, was übrigens Non-Profit entstanden ist. Auch der Verlag hat uns Non-Profit unterstützt und das präsentieren wir sehr gerne, wenn das Sinn machen würde, weil es ja immer heißt, es fehlen gute Leute, es fehlt die Zeit, es fehlt das Geld. Übrigens haben alle innerhalb der Deadline abgegeben und keiner war irgendwie zu spät, alle waren von größter Qualität. Alle haben das übrigens neben ihrem Fulltime-Job gemacht und alle waren mit größter Überzeugung dabei. Und wenn das bei uns geht, die wir ja gar keine Honorare oder sowas zahlen können, dann geht das doch im Unternehmen, wo alle im Lohn und Brot stehen, erst recht. Und wenn wir den Heiko dann vorbeischicken müssen, als Motivator dann. Jederzeit, das wäre doch genial. Ja, klasse. Dass das bietet. Können wir gerne machen. Weil ich einfach glaube, das ist ein Referenzprojekt für alle Unternehmen und Unternehmerinnen und Unternehmer und dafür war es auch gedacht. Und ein großartiges Exempel, wie ich finde. Super. Ich habe mich mit Jay ausgetauscht. Jay arbeitet ja im internationalen Projektmanagement und Jay hat lange überlegen müssen, bis er ein Projekt fand, wo wir mal alles so in der Deadline gelaufen ist. Nicht wahr, Jay? Und weiß, dass das eine Menge Geld kostet immer. Das gibt es eigentlich nicht, dass alle immer on time sind. Also von daher wirklich große Klasse, ehrlich. Ja, das ist es wirklich. Und wir sind wirklich über 30 Leute und alles on time. Es ist einfach phänomenal, wie das läuft. Großartig. Deswegen, das Thema ist genial und es ist so wichtig in der jetzigen Zeit. Tausend Gründe haben wir alle, die wir irgendwie sehen, wo Leute sich nicht entscheiden. Und da Referenzen, Inspirationen und einfach einen Impuls zu liefern für Leute, die irgendwie gerade sagen, was soll ich denn jetzt tun? Und vielleicht kann ein oder die andere schöne, auch zum Teil sehr private Geschichte, dazu beitragen, dass das echt hilfreich ist. Und das halt zum Non-Profit und so viel Begeisterung mit dabei. Ich glaube, das ist in diesen Geschichten zu spüren und zu lesen. Von daher freue ich mich jetzt total auf all das, was weitergeht in diesem Projekt. Und was dann noch kommt. Ich habe es ja zur Sparkasse Odenwald gesagt, ich habe es ja zur Volksbank gesagt, ich habe es ja auch zur Wirtschaftsregion Oche gesagt, die haben jetzt heute hierbei nicht mitgewirkt, Bani ist auch nicht dabei. Ich verbinde den Odenwald nach Frankfurt und in den Rhein-Mekka-Kreis, sodass es überregional dargestellt ist. Die wollten nichts mitmachen, haben keine Entscheidung getroffen. Und wenn sie später eine Entscheidung treffen, dann können sie auch dafür mehr zahlen. Wenn sie jetzt keine Entscheidung treffen, habe ich gesagt, müssen sie dafür bluten. Weil das ist hier auch ein Non-Profit-Ding. Ich habe da sehr viel Non-Profit gemacht. Ich habe da von meinem Geld Ads geschaltet, die gut performt sind, die gut ankamen. Ich habe aber natürlich alles über die Heißakquise bekommen. Die ganzen Ticketanmeldungen habe ich über die Heißakquise bekommen. Oder halt auch über euer Netzwerk, wo ihr das geteilt habt. Und ich bin ein Freund von einer globalen Netzwerkgesellschaft Netzwerkgesellschaft und keinen landwirtschaftlichen Gesellschaft, wo man nur die Leute reinlässt, wo irgendwo bei einem Unternehmen angestellt sind, wie Landratsamt, und irgendwo da dabei sind und sagen, hier, kannst du mal mich empfehlen oder kannst du mal das machen. Ich bin ein Freund von Netzwerken, das global agiert, international kooperiert. Und das ist die Zukunft des Netzwerkes und nicht mehr dieses alte Business. Business würde neu gesagt, hat auch der liebe Kollege Andreas Buhr ein Buch geschrieben. Business Neudenken, Vertrieb Neudenken, Vertrieb auch mal anders machen, alte Wege gehen, aber auch mit neuen Wegen kombinieren. Und warum kann man das Netzwerk nicht in eine Mission passen und gemeinsam einen starken Mittelstand aufbauen? Denn der Mittelstand ist das Zahnrad der Wirtschaft, nicht die Politik. Die Politik, die Gerinnen und Politiker werden von uns Menschen hier in Deutschland alle bezahlt vom Mittelstand. Und deshalb sollten wir gemeinsam da oben schnell was ändern dass wir alle schnell wie möglich in Friedem haben und nicht lange warten müssen auf deren Entscheidungen. Lasst uns gemeinsam in den Bundestag gehen mit unseren Büchern, mit unseren Missionen, mit unseren Missionen. Oder? Was sagt ihr dazu? Ich bin dabei. Super. Ich komme auch mit. Das ist doch genial. Wir haben ja 70 Dependorsen weltweit, also überhaupt kein Thema uns weltweit zu verletzen. Das sind wir ja gerade dabei. Wunderbar. Also auf geht's. Ja klar. war auch ein tolles Schlusswort finde ich Michael. Prima. Also ich fand's total klasse. Herzlichen Dank nochmal an alle, dass ihr mit dabei wart. Ich bin total geflasht. Wir müssen uns irgendwie mal sehen. Ich finde das total schön. Michael, kannst du dann so eine Liste rumschicken mit allen Mails? Ist das okay für alle? Alle Mails zu mir und dann mache ich einen kompletten Funnel auf, dann schicke ich einen Funnel raus an die Mail aber ich habe noch eine kleine Überraschung an meine fünf Redner Rednerinnen da würde ich auch gerne meinen Bildschirm teilen. Ich muss jetzt gerade mal gucken wo ich jetzt meinen Bildschirm habe da muss ich gerade mal auf meinen Bildschirm erstmal gehen. einen Augenblick habt habt ein bisschen Geduld so mein Lieben ich hoffe ihr könnt ja alle jetzt mein Bildschirm sehen und zwar jeder Teil also meine Referenten bekommen ein Award den dürft ihr gerne verwenden ich lasse es noch ausdrucken und bei einigen trinke ich vorbei nach Westerland zwei Stunden momentans Fahrzeit mit meinem nachhaltigen Auto ist momentan nicht möglich ich schicke dir alles hoch per Post seid gespannt was da kommt aus dem Odenwald auch dir lieber Olaf dir schick es auch runter nach Freiburg und ganz richtig genau wir sehen uns am Dienstag wir sehen uns am Dienstag das mir gerne persönlich bereich Karlsruhe und Frankfurt ist ja nicht so weit da komme ich gerne mal vorbei auf einen Kaffee und deshalb ja ich muss das aber erst im März alles machen weil ich habe auch noch ein paar volle Terminkalender weil Februar ist noch ein bisschen zu ich schaffe das jetzt nicht direkt alles am Freitag zu machen und und zu machen deshalb kommt das im März aber ihr kriegt das in die Perketale Variante sowieso so schnell wie möglich aber ich würde euch lieben es gerne jetzt an drücken und euch umarmen aber geht ja nicht aber beim nächsten und beim übernächsten und beim überübernächsten genau genau in diesem Sinne ja es war mega 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 toll und hat viel Spaß gemacht mit euch und wir sehen und hören uns beim nächsten Barcamp und das wahrscheinlich wenn Gott will in Präsenz und bei den anderen und ja wenn ihr noch wollt könnt ihr euch gerne noch vernetzen könnt ihr gerne auch noch plaudern wir haben noch ein bisschen Zeit oder wenn ihr raus wollt stückt ihr raus stückt ihr eure ganzen ganzen privaten Sachen erledigen ansonsten lasse ich den Raum gerade noch ein bisschen auf und ja wir können gerne offen reden michael ganz herzlichen dank vielen herzlichen dank super wunderschöner abend merci vielen dank michael war wirklich toll hast du toll gemacht ich kann mir stimmend dank nur anschließen vor vor allem muss sehen dass für eine premiere heute ganz große klasse ein kompliment von mir auch ganz ganz lieben dank und hey klopf dir mal ordentlich auf die schulter lieber michael richtig richtig cool gemacht feier dich auf jeden fall ich sehe schon du hast schon ein glas in der hand so muss das sein das macht ja auch glücklich dass wir uns selber auch mal loben weil eigenlob stimmt dann dürfen wir dem michael doch mal richtig schön virtuellen applaus geben finde ich doch oder michael das war großartig ja herrlich vielen dank war sehr gut organisiert und moderiert die auf ja lieber dominik die aufnahme wird erstmal bearbeitet und geschaut wie ich alle aufnahmen gesondert aufnehme und die wird dann respektive auf dem youtube kanal bei meiner seite stattfinden aber das ist sehr viel arbeit und deshalb muss ich da gucken wie ich das alles mache mit dem schneiden und so fort und das ist auch so ein projekt aber ich mache das gerne und wie gesagt ich muss alles sowieso gucken wie ich das alles schneide und mir das erstmal sichten und nacharbeiten und so fort ja ich bin auf jeden fall so was von ja glücklich 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 everything of everything und ihr könnt ja ganz sagen das hier das war auch so ein sichtbarkeitsbooster obwohl das nur 22 seiten ist obwohl das nur ein ebook ist hat es nochmal so ein sichtbarkeitsbooster gegeben dieses kleine ebook der podcast aber der sichtbarkeitsmodus war clubhouse letztes jahr wo noch mal ein booster gegeben hat durch herrmann scherer sein welches rekord durch german speaker association und weitere sachen es war grandios und ich gebe ja nicht auf also GSA ist on fire ich bin on fire bei der GSA ich bin ja omnipräsent ich bin ja auch bei in der university und sagt zu mir michael du bist der sales coach of empathy in germany du bist rockstar of germany wow schön also wenn der amerikanische verkaufstrainer das schon sagt zu einem und ich kann jetzt nicht gut englisch aber ich verstehe alles was er sagt und wie er es meint und seine methoden und seine sachen die passen ja auch zu meinem konzept und das ist on fire das ist everything of everything das ist mega genau deshalb ja gerne da da sind andere Kontakte drauf das buch findet ihr auf google mich findet man überall ich bin omnipräsent weil ich liebe die thema digitalisierung ich liebe die thema sichtbarkeit ich habe zwei tiktok accounts gehabt den einen habe ich gelöscht weil das nicht mehr gepasst hat und den anderen habe ich von null auf 350 abonnenten hochgetrieben nur mit meinem content wo relevant ist und dementsprechend auch steigend ist natürlich springen hin und wieder ein paar abonnenten ab aber dann kommen sie wieder weil sie doch sehen aha das ist kein schwätzer das ist einer der eine vision hat der Elon Musk seine vision auch vorantreibt oder wie Elon Musk auch ist deshalb ja vernetzt euch und guckt was ihr wollt und wen ihr wollt und schaut gemeinsam zusammen was Großes zu bewirken so wie der Heiko und die Johanna und Johanna beim nächsten Buchprojekt bin ich auf jeden Fall dabei vor allen Dingen aber nur dann wenn du mir versprichst etwas mehr zu schlafen als Elon Musk bitte ja das so so da bist du der erste da bist du das erste Kapitel das sowieso also Schlaf ist mir wichtig aber heute heute ist der Schlaf ja nicht so wichtig heute war das Event wichtiger normalerweise um 20 Uhr 24 liege ich auf der Couch und swipe durch meine Social Media und kommentiere und like bei anderen was mir sowas von Freude macht weil ich damals angefangen habe das zu machen und deshalb habe ich gesagt scheiß auf Social Media heute das ist mein Event das ist mein Baby da bin ich nicht omnipräsent das hole ich jetzt nach das hole ich nach dem Event nach auch wenn ich ein bisschen länger dann da bleibe und wach bleibe dann habe ich aber noch einen Sandplatz wo ich auch schlafen kann aber ich bin dann auch wieder um 6 Uhr wach ich werde jetzt ins Bett gehen Leute zumindest bald wie gesagt wie gesagt vielen vielen lieben Dank meine Lieben das war mehr ein Feuerwerk danke euch allen alles gut vielen Dank und vielen Dank Helmut das war ja super vielen Dank freut mich wenn es euch gefallen hat schönes Wochenende bleibt gesund tschüss sagt alle gesund vielen Dank tschau ja mich das erste Mal live wir haben es sonst immer nur auf Facebook gesehen ne und jetzt mal face to face das ist die Bean Projekt Managern also die hat wirklich einen tollen Account da gemacht mit Teenie Automat ist auch in der Weiterbildungsbranche tätig so wie ich und ja auch ihr bitte folgen auf Facebook Instagram auf jeden Fall Christina wo wohnst du? in der Nähe von Frankfurt in Werheim ja Mensch das ist doch klasse das ist ja um die Ecke ja da musst du doch mal kommen wir müssen doch mal treffen also es sind ja einige die jetzt nicht so ganz weit weg ja ja das ist toll der Christian den kennen wir eh schon sehr gut ja schön ich bin gespannt Michael du kümmerst dich ne schönen Abend ja ich kümmer mich schönen Abend noch ich danke euch danke und Thea vielen Dank noch mal für die Einladung tschüss ja gerne gerne danke danke genau dann mache ich als letztes das Schlusslicht und beende den Stream okay